In unserem Monitorvergleich zeigen wir vier verschiedene Bildschirme, die sich für verschiedene Einsatzzwecke gut eignen. Die Unterschiede, Vorteile und Nachteile erfahren Sie bei uns. Als Kauftipp in unserem Vergleich haben wir diesen Monitor von AOC ausgewählt, insbesondere deshalb, weil er das beste Gesamtpaket abgibt. 4K-Auflösung bei 60 Hz, kurze Reaktionszeit, sehr gute Betrachtungswinkel, tolle Farben und viele Schnittstellen, unter anderem auch VGA. All das zusammen mit einer Bildschirmdiagonale von 32 Zoll und zu einem ordentlichen Preis. Im Übrigen sind bei diesem Bildschirm auch noch Lautsprecher integriert. Wer einen guten 4K-Bildschirm mit fast allen möglichen Schnittstellen sucht, der ist hier genau richtig. Dieser PC-Monitor von Philips ist unser Preistipp. Der Monitor ist in der Konfiguration nur mit QHD-Auflösung ausgestattet, was jedoch für fast alle Office-Anwendungen völlig ausreichend ist. Die Helligkeit ist im Normalbereich, aber der Monitor hat eine sehr hohe Bildwiederholfrequenz und natürlich einen überaus guten Preis. Man sollte bedenken, dass es sich hier um einen Curved-Monitor handelt, was fürs Gaming sehr von Vorteil ist. Für Office-Anwendungen ist es Geschmackssache. Alles in allem ein günstiger Curved-PC-Monitor mit QHD-Auflösung und 32 Zoll Bildschirmdiagonale. Dieser Samsung Monitor ist ein ganz besonderes Gerät. Es handelt sich um einen sogenannten Smart Monitor. Eine Mischung aus Fernseher, PC und Monitor. Es sind verschiedene Apps auf diesem Monitor vorinstalliert. Darunter ist der Zugriff auf Netflix und Amazon Prime Videos möglich. Ein Internet-Browser ist im Monitor verbaut und man kann auch auf Office 365-Grad-Dokumente zugreifen, wenn man denn dafür ein Abo hat. Der Monitor hat eine Full-HD-Auflösung und einen HDMI-Anschluss integriert. Preislich ist der Monitor eher im oberen Preisbereich. Allerdings hat er auch sehr viele smarte Funktionen, die, wenn man sie braucht, wirklich nützlich sind. Beim Lenovo G34W10 handelt es sich um einen sehr guten Gaming-Monitor. Er kostet zwar einiges, ist für Enthusiasten aber genau das Richtige. Er besitzt eine QHD-Auflösung und mit 144 Hz Bildfrequenz und AMD Free-Sync-Technologie liefert er ein flüssiges Bild. Die entsprechende Grafik-Power ist hier natürlich vorausgesetzt. Insgesamt ist dieser Bildschirm wirklich für Gaming-Fans sehr zu empfehlen. Er hat unter den hier vorgestellten Monitoren die höchste Bildwiederholfrequenz, aber natürlich preislich auch im oberen Preissegment angesiedelt. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Unter dem Video in der Videobeschreibung haben wir außerdem einen Link zu unserem Produktvergleich eingefügt und verschiedene Links zu Amazon, wo man die hier vorgestellten Monitore kaufen kann.